Hallo, ich bin Carolin Seifert von Ostermann und der Morgencrew und wir sind hier an einem meiner Lieblingsplätze in Baden-Württemberg im Schillinger in Gauffellen-Nebringen. Hier verbringe ich eigentlich einen Großteil meiner Freizeit mit Pferden, zum Beispiel mit Kapo hier. Aber jetzt legen wir los, oder? Also ich reite eigentlich schon immer, meine Eltern haben mir das seit meiner größten Kindheit ermöglicht, dass ich immer eigene Ponys bzw. Pferde hatte. Mein erstes Pony, Struppi, habe ich mit sechs Jahren gekriegt und das ist jetzt nicht mein eigenes Pferd, der Kapo. Ich habe auch momentan kein eigenes Pferd, aber Gott sei Dank genügend Pferde zum Reiten, die mir alle sehr viel Spaß machen und wer weiß, vielleicht habe ich ja irgendwann mal wieder ein eigenes Pferd. Wenn ich Zeit habe, dann gehe ich auch gerne mal hier in die Stadt nach Stuttgart und shoppe dann auch, was mir gerade so gefällt. Viele, viele wunderbare Sachen. Ich habe nichts gepasst. Man weiß nicht so genau, wo das Ende von der Schlange ist, deshalb stelle ich mich sicherheitshalber meistens in der Mitte an. Ich bin ein klassischer Typ, deswegen gibt es Schokolade, aber ich bin auch verfressen und deswegen gibt es immer mindestens zwei Kugeln. Ja, das stimmt aber! Ja, das stimmt! Warum, Rö Sitting Wir sehen uns im Naples Wir sehen uns vom Bart